Hallo Film-Fraggots und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Moon River and me. So, für alle, die noch dran sind, das Lied wollte ich einfach schon immer mal singen. Das war nämlich Moon River, der Soundtrack zu Frühstück bei Tiffany. Das Filmradio mit Dante. Audrey Hepburn ist so ein New Yorker Partygirl. Sie ist aber, was Männer angeht, sehr, ich nenne es mal eigen. Also sie braucht irgendwie Bestätigung, dass sie toll ist, aber hat auch irgendwie Angst vor der ganz großen Liebe. Dann lernt sie den Schriftsteller George Peppert kennen, der unter ihr ins Haus einzieht. Anfangs betrachtet er sie als Studienobjekt, doch dann verliebt er sich in sie. Was ein süßer Film. Die bezaubernde Audrey Hepburn und handsome George Peppert harmonieren wirklich richtig gut zusammen. Die Dialoge zwischen ihnen sind richtig klasse und, ja, niedlich. Und ich glaube, sie könnten sich auch über Quantenphysik oder ähnliches unterhalten und ich würde wirklich gebannt zuhören. Der Soundtrack ist ebenfalls richtig klasse und auch das Flair New Yorks wurde toll eingefangen. Es gibt aber einige Sachen, die mich auch etwas stören. Ich würde gerne wissen, warum Audrey Hepburn so ist, wie sie ist. Denn irgendwas stimmt mit ihr ja anscheinend nicht. Leider wird nicht aufgedeckt, was sie für ein Problem hat. Und naja, über diese rassistische Darstellung des japanischen Nachbars müssen wir, glaube ich, nicht reden. Das sind Punkte, die den Film schon runterziehen und deswegen werde ich auch mit der Wertung etwas weiter runtergehen. Nichtsdestotrotz soll klar sein, dass Frühstück bei Tiffany wirklich wie so eine kleine schöne Perle ist. Ein Film, der so ans Herz geht. Süß, kitschig, humorvoll, liebevoll und auch ein wenig verrückt. Also wirklich ein ganz süßer, süßer Film. Frühstück bei Tiffany dauert 115 Minuten und hat auf IMDb eine Bewertung von 7,8. Da gehe ich aus genannten Gründen tiefer und vergebe 71 Punkte. Wie hat euch der Film gefallen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Naja, wir hören uns auf jeden Fall dann beim nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich...